dann starten wir mal so hier zeig her den köpfchen aber ihr könnt auch davon da hinten kommen jetzt nur sagen ja meine punkte nicht ausgegeben habe kein gesehen gar nicht oben ist eine hexe weiß aber ich sehe sie haben auf der insel ist jetzt gar kein schiffs ding hier doch hier ab 1 ich sehe sie haben 60, ne? Ja, 75. Das war so eine Runde. Das war's. Oh, mach mal den dicken weg, aber bleib dir mal weg. Und es wird laut. Ja, aber nichts zu überhören. Hat aber nichts fallen lassen. Was muss, das muss. Oh, genau um die Ecke krähen. Ich bin hier eingesetzt, ey. Habe ich dir schon mal erzählt, dass ich dieses Waldstück hier hasse? Ja, könnte sein. Weil hier laufen sie irgendwie mal alle durch und dann stehst du auf einer Uhr plötzlich vor einen Düpen und dann so. Oh, hola. Da ist da eine auch entlang gelaufen. Ja, die sind da drinnen. Bei der Post ist doch da drinnen, aber... Nein, ich lache dann. Ist der Post da drinnen? Ja, tatsächlich. Ja, tatsächlich. Ja. 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 Es weiß. Na, waren drei Stück, ne? Zwei. Hat die den wieder aufgehoben? Da drin, so schnell. Warst du da drin einen getötet? Nö. Du hast doch den Typen getötet, der mich gerade getötet hat. Ja, da draußen hier, das ist der da gewesen. Ach so, dass da auch, dass das drin war. Ich hab da kein Messer oder so. Soll ich mich auch nicht immer blocken. Mach weiß. Boah, du dreckiges. Boah, du dreckiges. Ich bin voll gefangen. Bringt noch weiß. Uhu, uhu, uhu. Dann hab ich das überlebt. hier ist heilung und munition muss erst mal wieder hochkommen zu dir jetzt hat er mich kam nicht mehr durch da durch den kack zwei balken ab ja 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 Das war's für heute. Der ist erinnerisch. Ich wollte gerade sagen, was machst du denn? Warum gehst du wieder rein? Der ist doch im Rage-Modus. Weil ich es nicht mal so lange machen kann. Hier ist Muni, ne? Das war's für heute. Hä? Ich krieg die Dinger nicht kaputt hier. Ich ja. Ja, mit Ding. Ha, ha, ha. Boah, der Regen legt aber jetzt los, du. Mein. Nein. Vorsicht, ich lege hier eine Stacheldrahtfalle hin. Habe ich auch noch Stacheldraht? Ja, ich habe auch Stacheldraht. Ich weiß gar nicht, wo ich den hinlege. Ich weiß gar nicht, wo ich den hinlege. Die Frage ist, wo positioniere ich mich mal kurz hin, damit... Hier ist noch eine Tür, die was aufgemacht werden kann. Hier ist ein Fenster offen. Ich gehe mal mit dem Beetle kurz. Ja. Die Tür sind soweit dicht. Geil, das Ding. Boah, ist das dunkel mit dem Regen. Ja. Ja. Ist auch generell übel dunkel mit dem Käfer, finde ich. Wir müssen auch dringend mal zum Wagen gehen. Ich habe vier Punkte, Mann. Oh, die sind ja gleich neben uns. Hä? Die sind direkt schon fast neben uns, Heilwasserkirche. Da ist der Rottmaul. Wir haben noch eine Hexe auf dem Dach. Wir werden wahrscheinlich zeitgleich fertig mit uns. Naja, fast. Bis jetzt sehe ich nichts, aber wir haben halt auch einen ganz bescheuerten Punkt, wenn ich ehrlich bin. Jo. Ich gucke mal. Ja, einer bei 30 circa. Einer bei 30? Jo. Recht weit weg? Ja, der war recht weit weg. Also mit dem Beetle wahrscheinlich eher schlecht. Oder wie? Ja, ich weiß ja nicht, wie weit du kommst mit dem, ne? Ja. 150 Meter. Na, da müssen sie schon weit vor. Warte mal. Jo, der ist recht weit bei 30. 15, 30. Genau hinter dir. Guck mal, du musst mich aber jetzt beschützen halten, ne? Mhm. Bei 30, okay. Er ist jetzt genau bei 30. Ja. Wasser? Ne, warte mal, ne. 30 ist er. Ach, jetzt bin ich in die blöde Falle hinten rein geladen. In meine Falle? Hier, irgendwo hast du hier eine Falle gelegt, ja. 30. Ich sehe hier keinen. Er ist nicht mehr da. Der war nicht mehr am Range. Das war nicht mehr. so aber in welche richtung wir gehen wir gehen hoch hey nahe säge müde oder sägewerk oder verlauf zwar jetzt scheiße wegen dem wasser jetzt hier ja wir müssen dann jetzt nach norden muss man aus da ist halt auch ziemlich aber wir können ja noch am wagen oder schaffen wir das kriegen wir den wagen noch hin der ist ja auch scheiße funktioniert was noch sich dann oder hat noch vier sekunden sich wo rennst du hin kommen wir doch kommen wir doch munition schade drum wir haben jetzt vier punkte hier rechts was von mir schießen war aber recht weit weg oder kann man schwer mit den regen ausmachen finde ich hier ist eine eigenschaft alligator beine hast du keine sicht mehr oder was meine leider schon aufgebraucht also konnten habe ich noch ich habe nichts gesehen hast du die alligator beine genommen ja runde am wagen einer spieler ja ich glaube der lieb da oben kann das sein guck mal ob ich dann getwickert bekomme den wagen 75 75 der erste oben hingelaufen ich habe noch eine sekunde zum gucken der ist da direkt am wagen da hinten ich habe ich habe am brustbolzen losgeschickt aber ich weiß nicht ob die durch die rauch ding irgendwie wo der hat sich einfach nicht getraut weil wir zu zweit sind ja die färde haben aber auch nicht mal gewirrt wie weit war denn der weg die färde müssten jetzt hätten da auch losgehen können müssen ja schön dass du wieder einmal gestorben bist und ich habe wieder alles fertig für achtmal benutzen ist fertig stimmt wir haben ja denken wir haben ja ich habe ihn wieder mit 1000 rausgegangen schön und dann geht ja die vini nicht hier naja ich kann ja trotzdem die fetterlinien nehmen das ist ja relevant und nehme hier statt und ein käfer bitte also vergifte feindliche jäger achtmal gefüge feindlichen jägern mit pirschkäfer 40 schaden zu und zwar also als sie sie sie